Hallo, ich bin Bob, der Produktionsleiter der Duplo Fertigungsstraße. Wir produzieren 10 Modelle und je Modell mehr als 40 Varianten. Im nächsten Quartal planen wir eine Steigerung der Modelle und Varianten. Aufgrund der vielen Produkte, Varianten und Montageschritte besteht meine tägliche Herausforderung darin, die Auswahl und Rüstzeiten in der Produktion zu reduzieren, da dies unsere Gesamteffizienz erheblich beeinflusst. Die meisten Fehler in unserer Produktion entstehen durch menschliches Versagen. Es werden nicht die richtigen Teile, falsche Schrauben oder ein falsches Werkzeug verwendet. Obwohl unsere Mitarbeiter motiviert sind, kommt es dazu, dass sie sich nicht an die richtige Reihenfolge der Arbeitsschritte halten. Da wir stets Varianten unserer Produkte in Kleinstserie oder gar Einzelstücke fertigen, brauchten wir eine Lösung, die allen unseren Anforderungen gerecht wird. Erst haben wir versucht, die Probleme mit Schulungen, gedruckten Anleitungen und komplexen SPS- und PC-codierten Lösungen sowie viele Eigeninitiative zu lösen. Das war zwar erfolgreich, doch sehr kostspielig und es hat den Produktionsprozess nicht wirklich verbessert. In der Gesamteffizienz waren sie kaum spürbar. Als wir das erste Mal mit den Fachleuten von ProSuite gesprochen und unsere vielfältigen Anforderungen beschrieben haben, war ich etwas skeptisch. Aber mit ProSuite haben die Fachleute eine skalierbare Out-of-the-Box-Lösung vorgestellt, die unsere Anforderungen voll abgedeckt hat. Als sie dann auch noch eine Demonstration vorgeschlagen haben, haben wir uns einen sehr komplexen Arbeitsplatz vorgenommen, der uns bisher die größten Probleme beschert hat. Sie stellten ein paar Fragen, gaben uns Tipps und haben die Arbeitsstation mit ihrer Software an nur einem Tag zum Laufen gebracht. Und nach einer kurzen Schulung richtete einer meiner Fertigungsplane eine weitere Arbeitsstation ein. Diese Software war genau das, wonach er vergeblich gesucht hat. Seitdem unterstützt uns die ProSuite Software bei unserer digitalen Transformation und auch die Integration und Anbindung an unsere bestehenden ERP, MES und QS-Systeme war von Anfang an kein Problem. Mit der Fehlerkontrolllösung haben wir jetzt die volle Kontrolle über den gesamten Produktionsprozess und das auf eine einfache und flexible Art, die wir an jeder Arbeitsstation einsetzen können. Jeder Schritt wird auf einem Bildschirm, einer Smartbrille oder einer Uhr angezeigt und auf das Produkt projiziert, sodass der Mitarbeiter durch die richtige Abfolge der Arbeitsschritte geführt wird. Durch die Aktivierung des richtigen Werkzeugs zur richtigen Zeit. Alle Auftragsdetails und Produktergebnisse werden zentral im ProSuite gespeichert, so kann ich mit ProSuite Dashboards und Berichte in Echtzeit erstellen. Das hilft uns, Engpässe zu identifizieren und KPI-Zahlen nach jeder Schicht oder jedem Monat zu melden. Durch die Einführung der skalierbaren ProSuite Montagelösungen haben wir unsere Nachbearbeitungsrate um mehr als 85% gesenkt und das mit einer Amortisationszeit von nur zwei Monaten. Wenn Sie mehr über die Montagelösung von ProSuite erfahren wollen, sollten Sie schnell die Experten von ProSuite EU kontaktieren.